Wow, was soll schon passieren? Zum Traditionsduell der Altmeister am 24.02.2023 zum 46. Spieltag veranstaltete der EV Füssen eine ganz besondere Charity-Aktion, die es so zum ersten Mal am Kobelhang gegeben hat. Denn zum Heimspiel gegen den SC Rissersee gab es den Teddybär-Toss und das Besondere an dieser Aktion war, pro geworfener Bär auf dem Eis hat der Verein einen Euro an die Wohltätigkeitsorganisation Kinderkrebshilfe Königswinkel e.V. gespendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da können wir noch was mehr, du Brunnen. Da können wir noch was mehr. Komm her! Hey! Hey! Soll ich euch nicht noch mal dafür und ein Grazio nachdenken? Ja, genau. Da werden wir schon noch haben. Ja? Ja, das ist so ein Tochter hinter der Neuen Reh. Schau mal! Ja, ne? 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 Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020